Ok, ich hab das jetzt schon mal vorbereitet, ich sag mal jetzt mit der Gugel und unserer Kleinen, damit wir da mehr haben, Alter, dass wir mehr Hoppen haben, viel mehr Leid, ist zwar gleich früh, schau da mal mehr aus, weißt du? Mh, ich schreibe das da mal. Das ist mein spezieller Tastenguck von meiner Oma, aus Kärnten, aus Kärnten, ja, aus Kärnten, also ein Kärnten-Mohn, ein Kärnten-Mohnstuhl, so ja, das sieht man ja am dünnen Blätterteig vorhin, ja, und diese Düfte, die ja auch steigen, gerade wie jetzt, wenn ich fahre, ja, das Puzzle, hört sich das, ah, das ist übrigens gar nicht pur, und jetzt, mh, hört sich das Puzzle, was das für einen Geruch gibt, so ein schöner Geruch, riechen Sie das, nein, das kann ich leider nicht in der Kamera riechen, aber das müssen Sie, das müssen Sie live erfahren, was das für einen geilen Geruch hat. Jetzt kommt ein paar der Käse dazu, Michael, wenn Sie sich in den Bart übernehmen, ja, ja, die Kärnten, ja, ich bin nicht klar, gibt es jetzt gleich den Käse noch in uns, ja, das ist aber der Grund, das können Sie sich konzentrieren, okay, alle Jungs, Burschen, kannst du dazu, ja, das ist okay, jetzt, Auge für Käse, wir wollen ein, genau, wenn wir sind Käse, bitte. Mozzarella von Alma, das ist das, das ist so gut, wenn man Puzzle ist, wenn du auch noch das ist gut, wenn man Puzzle ist, wenn es auch noch so, Auge ist mit Horst, geht's drauf, okay, jetzt werde ich umreden, jetzt kommt das Highlight, das schaue ich mir Und wie das Fäden zieht und der Geruch, Leute, der Geruch, das müsst ihr echt einmal erlebt haben. Das kann man so nicht wirklich in Worte fassen. Das wird Mhh. Das wird Mhh. Ein Gedicht ist das, Leute. Ein Gedicht. Das ganze Wasser geht raus und es wird knusprig. Oh, das ist gut, oder? Es knirscht auf die Zähne. Außen knusprig, innen weich. Bitte sag, wie schmeißt es? Wie schmeißt es? Wie schmeißt es?